Heute vor 22 Jahren, also am 11. Januar 2002, trafen die ersten Häftlinge aus dem Krieg in Afghanistan, gefangene Taliban und mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder im US-amerikanischen Internierungslager Camp X-Ray in Guantanamo Bay ein. Die völkerrechtlich umstrittene Internierungen wurden von Protesten internationaler manchenrechtsorganisationen begleitet. Die bis heute über 750 Gefangenen werden sehr krassen Verhörmethoden bis hin zu Folter ausgesetzt und alle bisherigen Schließungsversprechen von Präsident Bush, Obama und Biden sind bisher erfolgreich geblieben, obwohl der UN-Menschenrechtsrat und auch der oberste Gerichtshof der USA festgestellt hat, dass das Gefängnis gegen die Genfer Konvention und die US-Verfassung verstößt. Und damit herzlichst Willkommen zur Water-Gebordeten-Folge Lehrer-Sprechtag mit dem nullfixgebenden Alex Batzke. Und dem Folterknechten Martin Bieler. Oh, da habe ich gleich auch noch einen Take zu, aber nicht zu Guantanamo, aber zum Thema Internierungslager und so. Das zum Thema Folter. Ich bin dafür. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, ob es dieses Lager immer noch gibt. Ja, offensichtlich. Und die Antwort ist, also dieses Lager, also dieses Camp X-Ray tatsächlich nicht, das gab es im Prinzip nur so irgendwie ein halbes Jahr, weil dann war es halt zu klein. Ja, okay. Dann haben sie halt ein neues gebaut, anderen Namen dran. Camp X-Ray ist aber auch irgendwie so ein bisschen euphemistisch so, ne? Das ist alles ganz transparent, was wir da machen. Alles durchleuchtet. Nee, es hat nur gar nichts damit zu tun, sondern es ist hier von wegen hier, wie heißt das Alphabet? Mit Foxtrot, Charlie, Kilo. Ist das nicht das NATO-Alphabet? NATO, ja, kann sein. Danach einfach. Ach so. Also Camp X. Camp X heißt es einfach. Camp X, okay. X. Okay. Oder die Häftlinge werden so wie in früheren Stasi-Gefängnissen mit Röntgenstrahlen beschossen, damit sie nicht mehr irgendwas ausblattern könnten, wenn sie dann freigelassen werden. Auch passiert. Ja. Du hast gerade schon aufgezählt. Bush, Obama und Biden. Obama und Biden. Also Trump hat gesagt, Trump hat gar nicht gesagt, wir brauchen das noch für die ganzen Mexikaner. Ja, genau. Der hat gar nichts dazu gesagt. Ach so, da haben wir noch was. Ja, ja, gut. Hä, voll okay. Keine Ahnung. Water-Gebord. Das ist die Water-Geborderte-Folge. Sehr schön. Die wollen es alle zumachen. Und ja, ich meine gut, also Biden hat versprochen, es bis zum Ende seiner Amtszeit zu schließen. Also der hat noch eine Chance. Naja. Okay. Naja. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Aber es ist halt einfach geil. Einfach alle sagen so, ja, nee, geht nicht. Und die USA sagt, ja, stopp. Doch. Unsere Verfassung sagt zwar, geht auch nicht, aber doch. Aber von so einem Unsinn lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Ja, genau. Also no fucks are given. Stark. So. Ja, herzlich willkommen in dieses neue Jahr. 20, 2024. Sagst du 2024 oder 2024 oder 2024? Oder einfach nur 2024? Ich habe es einfach doch so gar nicht so richtig gesagt. Und dadurch, dass man da auch nichts mehr von Hand aufschreibt, großartig, macht man diesen Jahresfalschaufschreibfehler auch einfach gar nicht mehr. Den habe ich sonst immer gemacht. Ja, voll. Immer in der Schule noch. Immer, wenn man das Datum oben in die Ecke geschrieben hat, immer erst mal 3. Also dann nicht 23, sondern 3 oder so. 0, 3, 0, 4. Ja. 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 Ja, ist interessant. Wir haben uns... Wobei, du bist ja gerade am Korrigieren. Hast du da jedes Mal geschafft, 24 drunter zu schreiben? Ja, tatsächlich. Also bislang schon, aber da war ich auch noch im Konzentrationsmodus. Also vielleicht wird das auch mit zunehmenden Korrigituren irgendwann weniger. Da fällt mir ein, mein Cousin hat heute Geburtstag. Ich glaube, ich müsste ihm noch mal kurz gratulieren, so, wenn ich das Datum sehe. Dann lass das doch mal eben machen. Der hört doch bestimmte Podcasts, oder? Ja, dann hat er vorgestern Geburtstag gehabt, wenn die Folge erscheint. Also herzlichen Gequatsch. Wie was, wie was? So. Ja, wie geht's? Das Witzige ist, wir haben uns ja verabschiedet, als wir unser Weihnachtsessen hatten, da mit der Schule, wo ich extra sogar noch hingekommen bin. Und dann ging's ja in die Ferien und wir haben seitdem nicht ein einziges Wort gewechselt. Außer einmal kurz, da hast du mir eine WhatsApp geschrieben, so vor der Woche oder so, Dienstag aufnehmen und ich und frohes Neues. Und ich, jo, frohes Neues. Aufnehmen. Das ist ja, ja. So geht's so. Ich hab so ein bisschen, also pünktlich Sonntagabend sozusagen, ging's los mit, oh, bisschen Halsschmerzen. Hab ich Montag aufgestanden, ist nicht besser geworden. Hab ich natürlich prophylaktisch einen Corona-Test gemacht. Das war's nicht. Ich dachte schon, ah, eine Woche Ferienverlängerung, ah, nee, doch nicht. Und, ja, ich schlepp mich so durch, aber ich weiß noch nicht so genau, wo's hingeht. So, als aktuell stagniert ist und bisher kann ich noch durchziehen. Ich mein, jetzt ist ja auch noch, Noten müssen noch eingetragen werden, das muss ich auf jeden Fall noch irgendwie regeln. Jo. Ja, und dann mal gucken. Und außerdem hab ich auch noch, ähm, viele vor. Dazu später mehr vielleicht. Aber Ferien waren gut. Weihnachten so wie immer. Ähm, der Kurze, äh, hat sein erstes Silvester aktiv miterlebt. Er hat nämlich durchgehalten bis zwölf Uhr. Sonst hat er immer schon gepennt. Jetzt hat er durchgehalten und war sichtlich irritiert, was da abgeht. Gerade in Bottrop, was man so hört, ist ja einiges abgegangen. Ach so, wir waren aber, wir waren aber in Ratingen. Ah, okay. Ja, da ist eher was vor. Aber da ging aber, ging aber trotzdem auch schon ganz gut. Okay, okay. Ja, wir haben Silvester einfach mal standesgemäß verschlafen. Also, das Feuerwerk und alles. Äh, und als es dann losging, lag mein Sohn auf mir und hustete so vor sich hin. Und das war dann das Silvester. Ja, war ein bisschen krank. Meine Familie, außer mir. Äh, jetzt im Urlaub auch. Aber dadurch, dass wir ja dieses tolle Hotel da hatten im Stubayetal, war das alles ganz gut und trotzdem sehr erholsam. So, war auch nicht schlimm. Man hat halt irgendwie nachts ein bisschen gehustet und so. Aber so ist das halt. Und mich hat es verschont. So, ich konnte ein bisschen Skifahren, wenn auch nur zweimal an zwei Tagen. Aber das ist okay. Ich fahre ja auch noch in die Skifreizeit. Und jetzt habe ich erstmal wieder, mal wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden und gemerkt, es geht noch. Und ich kriege das wohl hin, dann auch demnächst dann in der Skifreizeit da wieder auch anderen das beizubringen. Ist Skifahren wie Fahrradfahren? Ja. Also verlernt man nicht. Ja. Also es ist, ich würde sagen, um es zu meistern schwerer. Weil Fahrradfahren ist irgendwann relativ schnell durchgespielt. Also das kann man halt irgendwann. Da ist ja dann einfach nur noch, ja, lass dir mal halt mehr Beinmuskeln wachsen. Genau. Wenn du schneller fahren kannst. Genau. Und beim Skifahren brauchst du schon noch ein bisschen mehr Technik. Und um es richtig gut zu machen, brauchst du auch ein bisschen. Aber um vernünftig fahrend den Berg runter zu kommen, bist du da eigentlich relativ schnell dabei. Also in so einer Woche, wo wir dann die Skifreizeit machen, können dann die Nulpen, die absolut vorher nichts konnten, auch Skifahren. So. Das kann man bis dahin erlernt haben. Und dann ist es halt auch irgendwie so ein bisschen hier wieder wie Pareto-Prinzip. Dann das zu meistern ist halt nochmal wesentlich schwieriger. Ja, aber jetzt zum Beispiel. Also ich bin ja genau in meinem Leben einmal Ski gefahren. Nämlich auch auf meiner Skifreizeit, als ich Schüler war. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, sagen wir jetzt mal. Habe ich das jetzt verlernt? Oder kann ich das jetzt immer noch? Also das, was ich da gelernt habe. Meinst du, wenn ich jetzt so Skier hätte, fange ich bei Null an? Oder geht da was? Ja. Probier es doch mal aus. Du wohnst in der Stadt mit einer Skihalle. Also das wird schon gehen. Also ich glaube nicht, dass du wieder komplett bei Null anfangen müsstest. Glaube ich nicht. So. Ich war auch dann erstmal, also gut, ich kann das jetzt auch schon ein bisschen besser und so, aber ich war dann auch den Berg hochgefahren und dann natürlich direkt bis ganz nach oben kam da raus aus der Gondel, oh, nur rote Pisten. Überall gehen nur rote Pisten runter und es ist starker Wind und irgendwie alles ein bisschen, ja, ich hätte jetzt eine blaue ganz gut vertragen können direkt so nach diesem paar Jahren, die ich jetzt auch nicht gefahren bin. Aber okay, dann die rote runter und sofort gemerkt, es geht, es läuft, alles klar. Und dann ging es ab. Ja. Also wirklich. Wirklich gut. Ja. Hat es Spaß gemacht. Ja. Jo. Und jetzt Start in die Woche. Wie war es? Das ist ganz witzig. Man muss ja überlegen, man, dann war man so zwei Wochen im Urlaub und hatte so ein bisschen komplett die Arbeit so hinter sich gelassen. Kommt an diesem Tag, man ist ja immer so ein bisschen, ah, jetzt wieder in die Schule und erste Stunde auch, sieben Uhr dreißig, komm da hin, war auch noch ein bisschen durcheinander, also wo war ich stehen geblieben, wie muss ich weitermachen, mit welcher und so weiter und sofort und das Erste, was ich hatte, war, ich wurde verlegt in einen Raum aus der Steinzeit. Also wirklich, in diesem Raum war gar nichts. Da war eine Tafel und sonst nichts. Es war kein Beamer, es war kein funktionierender Computer, der Raum hatte kein funktionierendes WLAN und alles war nicht machbar. Und jetzt können viele GymnasiallehrerInnen hier sagen, man kann auf hohem Niveau und so, aber wenn man das erwartet und wenn man das auch geplant hat, da eine PowerPoint zu zeigen, da vielleicht auch, ich wollte noch einen Teil von einem Film zu Ende zeigen, ich wollte das halt besprechen über OneNote, solche Sachen, ne, dann stehst du da und da geht das nicht und dann musst du echt in diesen, um 7.30 Uhr an diesem 8. Januar anfangen zu improvisieren und da habe ich überlegt, okay, schreibe ich jetzt das Grundgesetz, die Präambel des Grundgesetzes an die Tafel, ne, okay, wir gehen in einen anderen Raum. Dann sind wir in einen anderen Raum gegangen, dann war auch in dem PC kein Windows Media Player installiert, das heißt, auch dort konnte ich keinen Film zeigen, den ich eigentlich zu Ende gucken wollte. Dann musste ich sagen, okay, jetzt springen wir ein Stück vor und dann machen wir den Film, nächstes Mal zu Ende, wenn wir wieder in einem vernünftigen Raum sind. Also, im Film ging es um das Grundgesetz. So, was ist das Grundgesetz? Sehr, sehr gut. Also, so nervig direkt am Anfang des Jahres, aber ansonsten, schön, wie immer, wie immer, spaßig. Und Klausuren, Klausuren muss ich jetzt korrigieren, ich hatte mir das vor den Ferien nicht mehr zugetraut und in den Ferien hatte ich keine Zeit, weil wir waren ja sofort eigentlich weg nach Weihnachten. Wir sind ja schon am zweiten Weihnachtstag in den Urlaub gefahren und dann habe ich jetzt heute wieder, also heute Aufnahmetag, wieder damit begonnen, Klausuren zu korrigieren und es ist immer noch gleich scheiße. Ja, Spoiler-Lamb, immer noch kack. Zum Glück habe ich ja nicht so viele Klassen jetzt, wo ich nur so wenig Unterricht habe, aber boah, ey. Und ich habe nochmal überlegt, das Schlimme ist nicht, eine Klausur zu korrigieren. Das ist zwar auch irgendwie, du liest dir das durch und denkst dir, ach Gott, was habe ich da eigentlich beigebracht, warum wird das nicht gemacht, was ich da stundenlang irgendwie versucht habe einzutrichtern, was ist da los, boah, diese ganzen Fehler, das nervt aber auch und so. Aber man geht ja auch erstmal daran und denkt sich so, okay, ist ja auch mal interessant, was jetzt so hängen geblieben ist und so, es gibt ja auch gute Beispiele und so. Das Schlimme ist einfach diese schiere Masse. Das ist immer das Problem. Ich saß dann da nach sieben Klausuren und dachte, boah, jetzt erstmal eine Pause. Wie viel habe ich denn geschafft? Sieben. Ah, nichts. Ja. Und dann, jetzt muss ich also noch dreimal so viel machen, um die Klasse zu schaffen. Oh nee. Und das macht es so heftig und das macht auch jeden Schritt, den man irgendwie einsparen könnte, ganz, ganz wichtig. Ich habe ja irgendwann mal so nach dem Ref angefangen mit grün, so auch irgendwelche positiven Sachen zu markieren. Allein das Wechsel von dem Stift habe ich abgeschafft direkt wieder. Dann sollen sie gucken. Ich schreibe auch in Rot manchmal was Positives dann an den Rand und das muss dann auch gehen. Also, und auch, es ist einfach, unsere Klassen sind ja noch nicht mal so groß. Es gibt ja noch viel größere Klassen irgendwie so, eben am Gymnasium mit 33, Fünftklässler innen und so. Aber, boah, ey, ich habe jetzt glaube ich 24, 23 oder so und trotzdem ist es einfach ultra viel. Ja. Naja. Aber, ganz schön. Ich habe mal, ich habe mal wieder eine andere, ich habe mal nicht wieder, sondern ich habe mal eine andere Klausur verwendet als sonst. Das ist mal ganz schön. Das bedeutet nur, am Anfang muss man halt immer noch mal ein bisschen so gucken. Hm. Äh. Äh. Passt der Erwartungshorizont? Geht das wirklich alles auf? Ah, passt schon. Ja. Jo. Und was ist sonst so passiert? Äh, Kondulenzpodcast. Ja. Ist, äh, äh, am Start. Der, der Kaiser ist tot. Ja. Also der Franz, Franz, Franz Beckenbauer. Der Kaiser, der Kaiser Franz, genau. Der letzte Kaiser Deutschlands, hat irgendwer geschrieben. Dabei gibt es ja auch noch Roland Kaiser, aber, äh, der Kaiser Franz, ja. Das ist irgend so ein Fußballtyp gewesen, oder? Naja, genau. Irgendwie so. Ja. Äh, okay. Und das, das, das war auch der, der in Katar keine Sklaven gesehen hat. Ja, genau. Das, das, irgendwie sowas hatte ich auch noch im Kopf, ja. Irgendwas mit Katar hattet ihr doch auch. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, der, ist halt so. Aber irgendwie deutlich, deutlich jünger, ich hab's natürlich jetzt schon wieder vergessen. 79. Ja. Ich hätte, hätte jetzt gedacht, der ist schon viel älter. Ja, hab ich auch gedacht. Also der, das ist so ein bisschen so wie, ähm. Der war halt immer alt. Genau. So lange ich den kenne, ist der alt. Weißt du, bei wem ich das auch habe? Bei Steve Martin? Nee, vielleicht bei Patrick Stewart. Oh ja, stimmt, klar. Weil der war ja eigentlich in Next Generation, war der ja schon alt. Ja, richtig. Und Next Generation ist einfach gefühlt 50 Jahre her. Ja. Es ist 40 Jahre her, aber ja. Äh, stimmt. Äh, weil der halt auch irgendwie immer, äh, entweder keine oder auf jeden Fall nur weiße Haare hatte, ne. Also der war immer schon alt. Genau so ist es bei Steve Martin. Ich hab letztens hier diese, äh, Disney-Plus-Serie, ähm, Only Murders in the Building gesehen. Und der war ja auch, der hat ja immer in diesen, diese, diese Familienfilme und so gemacht. Früher in den 80ern, 90ern. Und da hatte der halt auch immer schon weiße Haare und sieht einfach immer noch genauso aus. Und der ist mittlerweile halt auch Ende 70. Ja. Irgendwie ist es eine gute Serie. Ähm, fand ich, fand ich wirklich ganz gut. Und da fällt mir ein, also müssen wir noch irgendwas zu Franz Beckenbauer sagen? Nee. Nee. Dafür sind wir nicht der Podcast. Das kann hier Tobi Schmidt machen mit seinem, äh, Ole Ole, oder wie das heißt. Ähm, sondern ich hab auch noch mal eine Serienempfehlung. Ich hab jetzt letztens mir auch bei Disney-Plus die Serie Deutsches Haus angeguckt. Und wir waren ja sowieso letztens dabei, dass wir mal so deutsche Filme wieder hochleben lassen wollen und so. Und da wir ja als Hausaufgabe nie Serien aufgeben, einfach mal jetzt so zwischendurch. Äh, Deutsches Haus ist eine deutsche Produktion, eine deutsche Serie mit den typischen Verdächtigen Heider Lauterbach, Henry Hübchen, Iris Berben, Uwe Preuß, Anke Engelke ist auch dabei. Aber in einer sehr düsteren und nicht lustigen Rolle. Äh, und die Haupt, äh, Protagonistin Katharina Stark. Und es geht, und das schließt sich ganz schön an diese eine Hausaufgabe an, die ich mal aufgegeben hab, mit, äh, Im Labyrinth des Schweigens. Dieser Film, der die Auschwitz, äh, Verbrechen aufklärt. So. Oder anfängt aufzuklären. Und jetzt geht es in dieser Serie eben um diese Prozesse. Und die dann von Fritz Bauer dann halt, äh, irgendwie vorbereitet wurden und jetzt in den frühen 60ern dann laufen. So, und dann kommen halt diese KZ-Aufseher und Offiziere, sind da auf der Anklagebank und, äh, die Protagonistin muss, äh, dolmetschen. Äh, die ganzen Zeugen, die aus Polen kommen und so. Und es ist immer wieder wichtig und richtig, solche Serien zu produzieren und zu zeigen. Es ist, ich, auch wenn man irgendwie sagen könnte, oh, haben wir doch alles schon tausendmal gehört. Es geht immer wieder unter die Haut. Gerade wenn da auch diese Anklage verlesen wird. Da wird richtig, äh, äh, also, es muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Und wie schlimm das war. Und, äh, selbst wenn es jetzt nur in diesen Gerichtsakten passiert, es ist trotzdem einfach, äh, unbeschreiblich. Und natürlich auch diese, ja, diese, diese Unwissenheit der Leute oder diese vermeintliche Unwissenheit der Leute. Das ist halt irgendwie das, was immer so spannend ist. Also, einerseits natürlich dieses, dass wirklich nicht in der Gesellschaft bekannt war, was Auschwitz eigentlich war und was da wirklich passiert ist. So, ja, es war wahrscheinlich so ein Strafgefangenenlager, hab ich gehört und so. Aber, äh, aber auch eben doch, sehr viele doch Bescheid wussten, die immer nur behauptet haben, sie wussten es nicht und so. Und das ist einfach ultra spannend und gut erzählt und gut in Szene gesetzt. In dieser, in dieser Serie, fünf Folgen sind es auch nur, sollte man sich angucken. Ich glaube auch einfach, dass das so nicht, dafür, dass das so nicht gewusst war, war es dann doch viel zu systematisch. Ja, genau. Und, ja, also, ne, aber andererseits, und es ist ja auch irgendwie sehr auffällig gewesen. Ich meine, wo sollen die ganzen Leute denn hin gewesen irgendwann, ne? Und, und es war auch eben, und dieses Systematische halt auch, es sind so viele Leute daran beteiligt gewesen, an den ganzen Prozessen. Und, also, nicht an den, sondern an den Prozessen dieser Lagerlogistik und so. Das kann ja nicht unbekannt gewesen sein. Ja, und die Deportation und so weiter und so fort und, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, ich meine, irgendwie so weggucken, ja, aber irgendwie nicht in der, in der Menge, wie das dann gerne irgendwie im Nachhinein erzählt wurde. Ja. Habe ich tatsächlich auch schon auf der, auf der, auf der Watchlist. Also, habe ich noch nicht geguckt, aber habe ich schon gespeichert. Ja, sollte man machen. Also, ich hatte auch erst kurz gedacht, oh, so eine deutsche Serie und dann wahrscheinlich wieder irgendwas über Nazis so und, äh, will ich mir jetzt nicht geben. Aber sollte man sich geben. Ist auch wirklich wichtig und richtig und gut gemacht. Und das Schöne an so deutschen Produktionen ist halt auch, die reden halt auch vernünftig. Also, die reden halt auch so, wie man das kennt, ne, und dann essen die halt Abendbrot und so. Das ist auch diese, diese deutsche Gemütlichkeit wird dann da auch so dargestellt und in die Szene gesetzt und so, ne. Wo man sich auch so denkt, oh, Leute, vor, vor 20 Jahren habt ihr da noch irgendwie diesen, diesen Krieg geführt und so und waren alles, alle Nazis und so und jetzt setzt ihr da beim Abendbrot zusammen und so, ne. Also, das ist irgendwie alles, ja, sehr, sehr schön dargestellt. Jo. So, haben wir noch irgendwas zu besprechen? Ich hab noch, äh, zwei, zwei, zwei kleine Sachen sozusagen. Ähm, zwei, äh, ähm, Ankündigungen sozusagen, für was bei mir noch so ansteht jetzt, äh, in, in 2.24. Mhm. Äh, nächstes Wochenende bin ich erstmal, äh, bin ich im Münsterland. Oh ja. Samstag und Sonntag. Im, 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 im vielleicht schönen Horstmar. Ich weiß nicht genau, ob das, ob das schön ist. Ähm, aber ist egal, weil ich da die ganze Zeit, äh, äh, in der Halle bin und Warhammer spielen werde. Zwei Tage lang. Ich freu mich. Ich weiß gar nicht, wo Horstmar genau ist, aber es gibt hier in Münster den Horstmarer Landweg. Also, wenn ich den lang genug entlang laufe, komm ich da vielleicht hin. Also, ich hab geguckt, ähm, das ist dabei leer und leer. Also, es gibt ja leer, so wie, so wie nicht voll. Und dann gibt's auch leer mit EA geschrieben, so direkt nebeneinander. Ja, ja, genau. Keine Ahnung, was das soll. Da wohnt ja, glaub ich, äh, eine Arbeitskollegin von uns. Genau. Ja, ja, genau. Und da, zwischen diesen beiden Leers ist Horstmar. Ja, okay. Dazwischen ist noch was, okay. Irgendwo ist da noch eine Lücke im Feld gewesen. Da haben sie so eine Kirche gesetzt. Das Turnier heißt nämlich Münsterland Grand Tournament, ne? Und da hab ich gesagt, ja, perfekt. Da guck ich mal, äh, was da geht mit Alexo. Und dann hab ich gegoogelt, von da bis Münster ist einfach halbe Stunde Autofahrt. Also, fast so weit wie von Bottrop aus. Genau. Bottrop sind 50 Minuten. Ja. Hä? Ja, ja, ja. Versteh ich nicht. Dieses Münsterland. Okay. Da wird auf jeden Fall gezockt. Schön. Da hab ich Bock. Und, ähm, dementsprechend kannst du für nächste Woche schon mal, äh, Sport, Sportshow vorbereiten. Und ich fahr auch mit dem guten Harald. Das heißt, äh, auch cool. Augen auf bei Instagram auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe sozusagen meine eigene Hausaufgabe nochmal intensiver gemacht oder geplant, denn ich habe mir gekauft, also mir und meiner Frau, Karten für Peyton Parish. Ach, cool. Ja. Im Februar. Ja, toll. Da hab ich auch Bock drauf. In der Turbohalle in Oberhausen. Ja. Da hat ja, ähm, äh, unser, unser Kumpel, äh, einiges, äh, vollführt, indem er das bei uns da in die, 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 die Ems geslidet hat. Das gucke ich mir mal an und, äh, da wird da natürlich auch zu berichten sein. In der Folge mit Marc Hofmann habe ich das Album ja auch nochmal empfohlen, äh, in der, in der Jahresrückblick, äh, Albenfolge. Ja. So als kleines Gimmick am Ende noch. Wer die Folge übrigens noch nicht gehört hat, kann sie gerne nochmal anhören. Sie war sehr schön. Ich hab sie gehört. Ja. Natürlich. Okay. So. Dann, Klopper der Woche. Ähm, ja, eine Sache vielleicht noch, die ich noch zu sagen hab. Ähm, äh, du weißt ja, dass ich immer meine Fastenzeit am Anfang des Jahres mache. Aber eigentlich immer erst nach Karneval. Wir haben jetzt aber... Da wird, äh, Süßigkeiten gefastet. Also... Bis Ostern. Bis, nein, dann, also auch sechs Wochen lang, aber dann quasi bis zum Beginn der Skifreizeit. Mhm. Weil das, äh, es ergibt sich einfach gerade so. So, man hat so viel gefressen irgendwie auch an Weihnachten und so und irgendwie kann ich keine, und auch weil das Hotel uns halt so gut versorgt hat, in dem wir waren. Äh, dazu dem nächsten, in der nächsten Folge nicht die Mama mehr. Ähm, ja, haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir jetzt mal auf Schokolade und auf Chips und Nüsse und diesen ganzen Kram. Und, ja, ich vermisse jetzt schon das Stück Schokolade am Abend. So, und, äh, so Cracker und solche Sachen. Aber ich glaube, ich ziehe es ganz gut durch. Gerade Chips, gerade Chips. Ich bin ja so ein Chips-Fan. Ich, ich mache mir manchmal extra, also kaufe ich mir eine Tüte Chips oder Pringles und dann mache ich mir extra weniger zu essen abends, damit ich noch Chips essen kann. Und das ist irgendwie so Quatsch. Also, äh, habe ich so das richtig, so Donnerstags esse ich Chips, aber vielleicht manchmal auch schon Mittwochs und so. Also, ja, genau, das versuche ich jetzt gerade mal zu vermeiden. Okay. Ja. Äh, mache ich zufälligerweise auch. Ah, okay. Einfach, aber einfach, weil ich fett bin. Ja, aber ich habe auch nur ordentlich zugenommen. Also, was heißt ordentlich? Aber ich habe auch zugenommen und ich will das einfach irgendwie wieder weg. Äh, ich hatte sogar letztens damit angefangen, mir häufiger Haribo zu kaufen und so. Und das ist, also, ehrlich, jetzt ist mal gut. Ich hatte das ja, ich habe ja letztes Jahr im August, glaube ich, war es. Da hatte ich ja einen Monat, wo ich im Monat davor wieder eine magische Zehnergrenze durchstoßen und habe gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Und da habe ich auch einen Monat lang, ähm, nichts Süßes gefressen und dann so ein bisschen Sport zu Hause gemacht. Und, ähm, habe da dann halt auch wirklich richtig gut abgenommen. So, gerade so dieses, dieses Impuls-Ding, da nimmst du ja direkt sofort richtig viel ab, wenn du sowas machst. Ja. Und, ähm, dann habe ich halt mit dem Sport weitergemacht tatsächlich. Das ziehe ich jetzt auch noch durch. Und, ähm, äh, nur mit dem Fressen halt nicht. So, und das heißt, jetzt bin ich mittlerweile Stand, Ende Dezember fast wieder da, wo ich war, als ich im, im August angefangen habe. Also, das bisschen Sit-Ups und Gedöns zu Hause reicht halt einfach nicht. Man muss auch einfach aufhören, Scheiße zu fressen. Ja. Und das werde ich jetzt erstmal, also jetzt mindestens den kompletten Januar wirklich gar nichts, ähm, äh, machen. Und dann muss ich mal gucken. Also, so, so richtig ganz ohne für immer kann ich auf keinen Fall, dann muss man mit so Cheat-Days arbeiten oder irgendwie so. Ja, genau. Irgendeine Strategie muss man entwickeln. Und da muss man mal gucken, dass man rausfindet, wie viel man essen kann. Ja. Jo, wird gehen. Alles klar. So, dann jetzt aber Klopper der Woche. Jawohl. Ähm, auch aus dem Bereich Alltagsprobleme der Digitalisierung. Also, so ein bisschen anknüpft, äh, noch aus dem letzten Jahr. Ähm, ein Schüler sitzt an seinem iPad und versucht verzweifelt, was mit seinem Apple-Pencil aufzuschreiben und irgendwie connected nicht oder was halt so ein Apple-Pencil alles macht. Und man merkt so richtig so, um Sekunde, um Sekunde, um Sekunde und dann wird hier und rein und rausstecken und neu starten und was man dann halt so alles macht, ne. Merkt man so richtig, wie das so in dem so, 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 so richtig. Und irgendwann ballert er diesen Pencil einfach voll laut auf den Tisch und sagt, was ist mit dem? Ich ficke seine Mutter. Also, wenn der Pencil ein Typ gewesen wäre, wäre der mit dem locker vor die Tür gegangen, hätte er verprügelt. Echt verprügelt, ja. Oh Mann, was ist mit dem, ich ficke seine, wer, wer ist denn die Mutter von dem Apple-Pencil? Ich würde sagen, es ist eine, es ist so eine, so eine, äh, PS2 angeschlossene Maus. Noch nicht mit USB. Ja, möglich. Aber das war wirklich, äh, der war, der war, der war, sagen wir mal, ungehalten. Er merkt so, ja, okay, verstehe. Ein von fünf Sternen gab es auf jeden Fall nur in der Bewertung. In der Apple-Bewertung. Ja, aber es ist ja auch so verrückt, man, man weiß dann nicht, man kriegt es nicht hin und alles, was man probiert, funktioniert nicht und so wie ich halt auch da jetzt, äh, letztens da mit dem Media-Player und so, dass einfach auf diesem Rechner kein Media-Player war und so, also, das ist ja wahnsinnig und da werde ich dann auch irgendwann richtig ungehalten und fange an zu fluchen mitten im Unterricht, so, so eine Scheiße, warum werde ich hier aus dem Raum raus und so, das ist, also, ja, ich kann das machen. Ja, ich hatte heute, ähm, da wollte ich, ähm, Stichpunkte in eine Tabelle, äh, eintragen und es war nicht möglich. Ich habe es wirklich lange probiert. Ab dem zweiten Punkt pro Feld hat er immer diese Formatierung übernommen, aber der erste Spiegelstrich, der hat einfach gesagt, nö, das ist, das ist kein Aufzählungsstrich. Nö, nö, nein, Mann, es ist keiner. Und ich so, doch, weil alle zehn danach sind welche. Nein, nein. Ja, und man könnte ja auch einfach sagen, ja komm, ist egal, wird auch so klar. Aber man will es ja trotzdem hinkriegen, weil es sieht doof aus. Genau, irgendwann musste ich, irgendwann musste ich dann da, äh, resignieren, weil es halt auch im Unterricht war, ne, also, weil es irgendwie so vorbereitet. Und dann habe ich dann da noch, damit das nicht, zumindest nicht so ganz scheiße aussieht, dann noch so händisch mit so Leertasten dazwischen und so dann, ah, ah. Am selben Tag ist mir übrigens auch noch passiert, dass in dem Raum dann der Ton, also in dem anderen Raum, der Ton nicht ging, fällt mir gerade noch ein. Da haben wir ja jetzt so Beamer-Tafel-Kombinationen auch noch mit Lautsprechern und die gehen einfach manchmal nicht. Und dann weiß man auch nicht, warum. Und da kommt dann kein Ton raus. Ja, das hatte ich aber auch schon mal. Dann ist es auch einfach kacke. Und dann hast du da, äh, deinen Einstieg so vorbereitet und, und müsstest die, ne, und bis dann, und jetzt brauchen wir nur noch das. Und dann kommt nix. Wop, wop, wop. Die Aufmerksamkeit war da. Und alle guckten zu. Und ich musste nur auf Play drücken. Und dann kam nix. Und dann merkst du so, wie das so, fünf Sekunden hält sich die Aufmerksamkeit noch. Und dann, wop, weg. Alle weg. Ja. Und das ist schade. Das muss ja so nicht sein. Müsste, müsste nicht so sein. Ja. Ach ja. Also ich kann deinen Kumpel da, äh, deinen Schüler da verstehen. Also das ist schon, ist schon so. Was ist mit dem? So, okay. Ähm. Dann kommen wir ja schon zur mündlichen Prüfung. Ja, klar. Zack, zack. Los geht's. Ähm. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute mal so eins der deutschesten Themen, die es gibt. Äh, ich erzähle vielleicht ganz am Ende, wie ich drauf gekommen bin. Aber es geht heute, äh, so von, von Gestapo über Azubi, äh, bis hin zu, äh, also es geht um Abkürzungen. Ja. Ja, wir, äh, wir Deutschen lieben unsere Abkürzungen und, äh, wir haben in verschiedenen Kategorien jetzt hier einfach verschiedene Arten von Abkürzungen. Und, äh, du musst wie immer einfach sagen, was es bedeutet. Und wenn du es nicht weißt, dann dir was ausdenken. So ist es. Los geht's. Und, ähm, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass es einfacher geht vorzubereiten, war dann doch nicht so leicht. Aber, äh, da auch dazu später nochmal mehr. Äh, kommen wir jetzt erstmal zu Texten. Also, wir kommen jetzt erstmal zu so, äh, Abkürzungen, die, ähm, so Abkürzungen halt direkt sind. Also, wenn man zum Beispiel wissenschaftliche Texte schreibt. Et al. Et.al. Punkt. Aus dem Studium. Erinnerst du dich? Ja, 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 ja. Mh, das ist Latein, ne? Mhm. Und, das hat man, glaube ich, in so Fußnoten benutzt, oder? Mhm. Oder in, äh, überhaupt Literaturangaben. Aber ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kann ich dir die Übersetzung sagen. Et alii. Und weitere? Ja, genau. Also, ne, wenn man, äh, ein Sammelband. Herausgeber, zwei Namen aufschreiben und dann kein Bob mehr, ne? Genau so. Den wichtigen Professor noch hinschreiben und die ganzen anderen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen lässt man weg. Das sind die alii. Ähm, weißt du, was SICK heißt? SICK heißt, das schreibt man auch in meinen wissenschaftlichen Texte, SICK Ausrufezeichen. Ich weiß gerade nicht, also ich weiß nicht, was das heißt, aber es bedeutet, ja, das Zitat ist genauso übernommen, auch wenn es falsch ist. Genau, ja. Und, äh, so heißt es auch, also es ist einfach abgekürzt für SICK Scriptum Est, auch wieder Latein für, so wurde es geschrieben oder so ist es geschrieben worden, ne? Also, ja, der Fehler ist da. Nicht bei mir. So, äh, dann liest man immer häufiger M.E. E-B-D-Punkt. Meines Erachtens? Ja. Oder mit Einschränkungen. Und ich weiß auch nie, was richtig ist. Also, da muss man immer überlegen, was passt denn jetzt? Ja. Ähm, E-B-D-Punkt. Äh, eben dort, auch bei den Fußnoten. Ja. Ne, wenn man etwas einfach, äh, eine weitere Seitenzahl hat und, äh, die ganze Fuß, äh, die ganze Literaturangabe nicht nochmal braucht. E-Bunkt, V-Bunkt. Eingetragener Verein. E-B-Bunkt. Weiß ich, äh, 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 also E-Bunkt, V-Bunkt ist eingetragener Verein, ne? Ja. Und E-B-Bunkt muss ja dann ein zusammenhängendes Wort sein, also Eintragungsverein. Evangelisch. Ja, es ist da, hätte man drauf kommen können. War hinten dran auch nur noch ein Gag eigentlich, weil, äh, ich dachte so, hä, E-Bunkt, V-Bunkt, E-Bunkt, hm, also ein Unterschied. Eingetragener evangelischer Verein. E-Bunkt, E-Bunkt, V-Bunkt. Ähm, okay. Okay, jetzt kommen Akronyme, das sind sogenannte Initialwörter, wie zum Beispiel LKW, also Wörter, wo man die Buchstaben ausspricht. So, LKW ist klar, Lastkraftwagen, ne, und so weiter. Und wir kommen mal ins Internet. L-M-F-A-O. Liest man häufig in Chats oder in Memes oder so. Das, was so die Jugend so macht. Sag mal eben, ich glaube, ich weiß es. L-M-F-A-O. Äh, ähm, love my fucking ass off oder irgendwie so. Ja. Also, irgendwie lachen, also ganz tolles Lachen. Also es ist noch mehr als Roffel. Ja, genau. Genau. LOL, Roffel und L-M-F-A-O. Man spricht es doch so aus, oder? Also ich habe es noch nie jemanden sagen hören. Ich auch nicht. Während man LOL und Roffel ja auch wirklich heutzutage auch in der normalen Sprache hört. Wobei Roffel auch nicht, ne? Nee, Roffel nicht. Das ist, glaube ich, wieder out. Aber LOL sagen viele. Also, LOL. LOL hat sich so. Aber auch LOL wurde schon mal öfter gesagt. Ja. Stimmt, früher wurde das häufiger gesagt. Ja, ja, genau. LOL hatte ja auch so ein bisschen sowas so, das war so ein bisschen so wie Fuck. Das konnte man je nach Betonung auch so völlig anders. LOL. LOL. Ja, stimmt. Das geht eigentlich für alles. Und dann warst du ja so völlig aus der eigentlichen Bedeutung schon raus, ne? Richtig, stimmt. Weil so laughing out loud. Dann hat man ja irgendwann gar nicht mehr gelacht. Nee. Wo manche wenig, aber vielleicht auch manche viel zu lachen hatten, war im SPQR. Äh, seh, mein Latein ist auch echt lange her. Oh, das wollte ich auch demnächst mal machen. So eine schöne kleine Lateinauffrischungsmögliche Prüfung. Ja, ne, bitte nicht. Lass mal bleiben. Ich hab noch so einen alten Stohwasser hier unten gefunden. Also jetzt, ich scheiß jetzt mal auf Deklaration. Also irgendwie Senatus Populus Que Romanum oder irgendwie so rum. Also Senat und Volk Roms. Ja, ist richtig, genau. Das hast du zweimal Que gesagt, aber, genau. Senatus Populus Que Romanus. Äh, Romanus. So, ich dachte immer Romanorum, also, aber ist ja eigentlich ja wurscht, ne? Also, das, äh, der Senat und das Volk, äh, nee, der, der römische Senat und das römische Volk. So. Und nicht der, der Senat und das Volk der Römer. Das wäre Romanorum. Äh, ja. Ähm, ne, also das Qu, das Q ist ja dieses Und, was man hinten dran hängt, ne? Also, ja, ähm, jetzt wird's musikalisch. Achtung. Y-M-C-A. Äh, ich weiß nicht, was es heißt, aber es ist eine Jugendherberge. Ja. So, Jugendherberge. Da haben wir doch schon mal das Y. Y-M-C-A-Use. Wie fängt das Lied, wie fängt das Lied denn an? Also, der. Y-M-Man. Nicht Y-M-Man. Doch. Young-Man. Young-Man, okay. Y-M-Man. Aber das hilft dir hinten da raus jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hau raus. Young-Man's Christian Association. Okay. Ja. Hat eine Jugendherberge. Ist halt eine Jugendherberge. Ja. Aber was Christliches. Und da wird trotzdem viel gebumst. Ja. Vor allem unter den Young-Man. Ja. Sehr unchristlich eigentlich. Hab ich auch gedacht. Aber gut. Ja. So, jetzt ist ein Begriff immer wieder in aller Munde gerade zur Zeit, nämlich Chat-GPT. Wofür steht eigentlich das GPT? Wofür steht eigentlich das GPT? Wir sagen das so, als ob der so heißt, so wie der Erfinder von Pinocchio, der GPT. Aber es ist mir auch gerade erst beim Vorbereitung ist mir auch gerade erst beim Vorbereiten dieser Prüfung klar geworden. Ich glaube, 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 das T steht für Text. Ist das richtig? Nee. Okay, dann keine Ahnung. Ich war jetzt irgendwie so bei, ich war jetzt irgendwie so bei irgendwie blablabla produced Text oder so. Also, dass das gar nicht wird, aber … Ja, genau. Blablabla. Oder Generate … Ja, ja, jetzt kommen wir in der Sache näher. Generate Prompt Text. Okay. Keine Ahnung. Nah genug dran. Generative Pre-Trained Transformer. Ah. Der wird ja vorher gefüttert, also Pre-Trained, und der ist generativ, um was selbst zu erstellen. Und dann, warum der … ja, nicht Text, sondern Transformer. Optimus Prime. Ja, auf jeden Fall. Das ist der eigentliche Transformer, der jetzt die Welt übernimmt. Habe ich ja heute noch gesehen in der Tagesschau, irgendwie auf der, auf dieser neuen Technikmesse da in Las Vegas, wurde vorgestellt, dass die neuesten VW-Autos jetzt auch mit Jet-GPT und so connected werden sollen. Sodass man wirklich, so wie im Raumschiff Enterprise, eigentlich mit dem Computer sprechen kann. Hm. Endlich ist es soweit. Yes. So, 2024. Mondlandung kriegen sie nicht mehr hin, aber … Sowas. Äh, und ein Akronym haben wir noch, äh, hört man auch häufig jetzt im Internet, POV. I, also P-O-V. Immer wieder so als … Ja. Point of View? Genau. Ne, gibt ja immer wieder so Videos wie Point of View, äh, du gehst irgendwie irgendwo hin. So, keine Ahnung. Ähm, und dann ist es meistens gar nicht aus dem Point of View. Oder halt so voll falsch rum. Genau, so, du siehst dann die Person oder so. Aber eigentlich solltest du ja aus dem, also FPV, also First-Person-View mäßig sein. Aber ja, egal. Ach ja. Das ist Internet. So, jetzt, äh, kommen wir zu was Ähnlichem wie Akronymen, aber es sind Kurzworte, die man ausspricht. Also, wo man nicht die Buchstaben sagt, sondern wo man die Worte spricht. So wie UFO. So. Was ist denn der TÜV? TÜV? Weißt du, hier so Plakete, Auto … Technischer Überprüfungsverein. Ja, Überwachungsverein, aber ja. Überwachungsverein klingt irgendwie böser als Überprüfungsverein. Ähm, Aids. Auto-Immun-Disee … Disease. Und das ist … Shit. System? Nee. Ja. Äh, fast. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ah, okay. Alle nochmal zusammen. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ja. Immune war gut. Und im Prinzip ist es ja das, was du gesagt hast. Aber, ähm, ja. Ja, jetzt etwas, wo viele vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Abkürzung ist. Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Ja, voll Laser. Ähm. Also auch eine Service-Rubrik jetzt hier für unsere Zuhörenden, ne? Ich glaube, das L ist Light. Ja. Dann hört es aber auch schon auf. Was könnte R sein am Ende, wenn es irgendwie mit, äh, mit Strahlen ist? Radiation. Ja, gut. Gut. Light and Speed Enforcements Radiation. Light and Speed Enforcements Radiation. Geil. Ja, ist gut. Light, es ist Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Viel langweiliger einfach. Ja. Light and Speed Enforced Radiation. Ja, ja, genau. Okay. Wir zwingen die Strahlung dazu, in Geschwindigkeit zu kommen. Das ist quasi ein Teilchenbeschleuniger. Ja, auch. So. Äh, zwei noch. NATO. Hatten wir gerade schon mal kurz. Äh, North Atlantic Hinten ist Organisation. Mmh. Oh. Ja. Treaty? Ja. Ne, Treaty. Treaty. Ja, North Atlantic Treaty Organisation. Und das letzte, BAföG. Äh. Also, FÖG ist, glaube ich, Förderungsgesetz. Ja. Und dann das BA. Bildung, 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 ne, Ausbildung, ne, muss, es ist ja kleines, großes B, kleines A. Ja. Also muss das ein Wort sein. Ja. Aber, aber es ist ein Kompositum, ja. Irgendwas mit Bildung, oder? Nein, es ist mit, ja, das, wo, eher da, wo wir arbeiten. Schule? Berufsaus, Berufsausbildungsförderungsgesetz. Ja. Ja. Wo wir arbeiten. Schule? Schule, Bruder? So, äh, jetzt wird's nochmal ganz, ganz spannend. Ist jetzt die vorletzte Kategorie. Ähm, Apronyme. Apronyme sind quasi auch Akronyme, aber welche, die schon ein bereits existierendes Wort ergeben. Also, ähm, zum Beispiel, wir fangen mal an mit Erasmus. Also, das ist ja so ein Programm, ne, der Europäischen Union, so. Und das ist ja auch ein Humanist der frühen Neuzeit gewesen, Erasmus von Rotterdam. Ah, das ist eine Abkürzung, ah, krass. Ja, wusste ich auch noch nicht vorher. Wusste einfach, dass, ich dachte, das ist einfach nach dem benannt, weil, cool. Erasmus, Englisch, ja, ne? Ja. Und, da sind einfach Buchstaben drin, die kommen in dem Erasmus nicht vor, und manche kommen in einem Wort mehrfach vor, also. Also, klassischer EU-Move. Also, E ist schon mal European. Ja. Ja. European. Travel. Ja, keine Ahnung. European Travels must do. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Ja, klar. Auf jeden Fall. Total neilig. Weißt du, und so, Erasmus, ist ja klar. Auch überhaupt nicht konstruiert. Nee. Ähm, Elster. Also, das Programm. Ja, elektronische, äh, Steuer. Man muss sich dann immer so vergegenwärtigen, was man damit macht. Ja, und wie das geschrieben ist. Also, welche Buchstaben groß und klein sind. Aber es ist eigentlich denkbar einfach. als der elektronische Steuererklärung, als der Erfassung? Erklärung. Erklärung. Moment mal, mit der hat seine Steuererklärung. So. Elektronische Steuererklärung, aber Erfassung, ja gut. Ähm, jetzt pass auf. Das wusste ich auch noch nicht. Der USA Patriot Act. Ah. Den kennt man ja. Ja. Und es ist ganz spannend, was da alles so drinsteckt in diesem USA Patriot. Also, dass der, ne, dass das ne, äh, Abkürzung ist, das wusste ich tatsächlich. Aber was es bedeutet, weiß ich absolut nicht mal ansatzweise. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ist das, ist das US auch schon? Also, steht das für das andere? Das ist nicht United States? Mhm. Ah, okay. Also, das U steht noch für Uniting. Ja. Aber das war es auch. Okay. Und das A steht auch für Amerika. Aber das war es auch. Wirklich. Jetzt wirklich. Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. So. Cool, ne? Ja. Ja. Das ist ungefähr so wie S.H.I.E.L.D. Dazu kommen wir gleich. BIOS. Äh. Also, das Ding, was man aufrufen muss, wenn man eine neue Hardware in den Computer installiert hat. Das BIOS ist übrigens griechisch für Leben, ne? Deswegen ist es auch ein A-Pronym, also ein echtes Wort. Ich kann mir vorstellen, dass das B für Binary oder irgendwie so steht und das S für System, aber sonst. System ist richtig Basic Input Output System. Okay. Auch voll unspektakulär. Ja, eigentlich schon. Und S.H.I.E.L.D. Habe ich jetzt auch noch hier mit drin. Ja. Aber leider nur die deutsche Übersetzung. Es ist auf jeden Fall auch so todeskonstruiert. Ja. Also, hinten ist es auf jeden Fall Logistik Division. Ja. Weil die auch so viel mit Logistik zu tun haben. Ich glaube, das I ist Information. Information. Nee, schon ein bisschen härter. Aber, wie gesagt, ich habe nur die deutsche Übersetzung hier stehen. Passt die Deutsch denn auch zu S.H.I.E.L.D.? Also. Ja, 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 das hat man. Da ist es dann noch konstruierter oder was? Ja, also es macht Sinn. Ja. Das ist irgendwie noch so mit Eingreifen und, ah, wie war das? Ja, ja, Eingreifen ist das I. Also, ich glaube, im Englischen ist es Interference oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Hau mal raus. Strategische Heimat, Interventionseinsatz und Logistikdivision. Genau. Ja, so ähnlich wie Tadis, ne? Ja. Also, das ist im Deutschen ja auch völlig komisch übersetzt, so. Ähm, ja, genau, das war's mit den Apronymen. Und jetzt ist mir eingefallen, dass eine Sache, jetzt kommen wir dazu, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, nämlich mit Edeka. Ähm, äh, der Supermarkt, GDK. Ist es hinten auf jeden Fall irgendwie Kolonialwaren oder irgendwie so? Mhm. Ähm, 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 ne, weiß ich nicht. Ne. Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleischen Torbezirk zu Berlin. Genau so. Und das ist halt wirklich dieses Einkaufsgenossenschaft ist das E, der ist das D und K ist Kolonialwaren. Also, Händler. Also, weil das wird ausgesprochen, wie die Konsonanten ausgesprochen wird. E, D, K. Und dann wird das ausgeschrieben. Wie würdest du, ich hab dir jetzt mal kurz was in den Chat geschrieben, diese Marke aussprechen? Also, hab ich noch nie gesehen, glaube ich. Buchstabier mal einmal für die Zuhörernden. V-A-U-D-E. Ja. Vaut. So. Und das sagen viele. Oder die sprechen es französisch aus. Vaut. Aber auch hier ist es V-D. Ah, okay. Ja, ja, verstehe. Es kommt von dem Gründer der Marke von DeWitz, heißt der. Und deswegen V.D. Also jetzt und dann ausgeschrieben V-D. Und so kam ich überhaupt. Jetzt schließt sich der Kreis auf diese Prüfung, weil das ist so Outdoor-Bergsteiger-Equipment. Und so, die haben auch, Edelrit gehört auch dazu und so und Kletterschuhe machen die und so was. Und Rucksäcke und so. Und da hast du dir gedacht, hä? Genau, ich dachte dann, hä? Und wie ist das eigentlich mit den ganzen Abkürzungen und so? Und dann hab ich auch mit ChatGPT gesprochen, das hat aber nicht viel gebracht. Also ich hab den gefragt, gib mir ein paar Apronyme. Da hab ich gesagt, gib mir 20 Apronyme. Was hat der gemacht? Der hat mir fünf gegeben und die immer wiederholt. Und dann hab ich gesagt, nee, so geht das aber nicht. Da sagt er, Entschuldigung, ich hab mich wahrscheinlich in einer Schleife verfangen. Hier sind nochmal 20 und wieder die gleichen. Shield auf Englisch ist übrigens Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate. Ah, okay. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Logistik ist auch mit drin, der Unsinn. Aber Espionage ist ja noch was anderes als Einsatz. Ist nicht Einsatz, ja, stimmt schon. Ja, okay. Gut, aber da haben wir die Übersetzung eine ganze Arbeit geleistet. Und Hazard ist auch was anderes als Heimat. Oh ja, stimmt. Ist nicht Home. Ja, stimmt, ist Hazard. Kommt auf die Heimat an. Okay. Soviel zu den Abkürzungen. Und ich glaube, in diesen ganzen Markennamen steckt auch nochmal eine eigene Prüfung drin. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Super. Okay. Ich habe eine Hausaufgabe. Und diese Hausaufgabe ist ein Computerspiel. Und zwar ein Computerspiel, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ah, toll. Und es ist mein erster Triple-A-Titel seit 100 Jahren ungefähr. Baldur's Gate 3. Es ist so toll. Ja. Es ist vor allen Dingen auch so toll, mal wieder einen Triple-A-Titel zu spielen, weil man dann so merkt, ah nee, doch, ist schon ein Unterschied. Ja. Ja. Also es ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal glaube, aber es ist einfach das beste Baldur's Gate. Also es ist auch unabhängig von der Zeit. Es macht einfach so viel besser als 1 und 2. Ein Stück weit natürlich auch, weil es andere technische Möglichkeiten hat, klar. Aber alleine schon die Entscheidung zu treffen, dass die Kämpfe tatsächlich so XCOM-Style sind, also wirklich richtig Rundenbasiert mit richtig vielen Entscheidungsmöglichkeiten und viel mehr strategischer Tiefe, also ist so viel besser als diese Pseudo-Rundenbasierten aus 1 und 2. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich hatte jetzt, also ich bin jetzt schon ein paar Stündchen drin und es gab noch nicht einen einzigen Kampf, also es gibt diese 0815 Töte-5-Rattenkämpfe oder so, die gibt's einfach nicht. Ach gut. Also jeder Kampf ist einfach bedeutsam in irgendeiner Form und dann auch zumindest ein bisschen fordern. Also es gibt nicht dieses ganz stumpfe, ja, ich klicke jetzt einfach so lange Attack, bis alles tot ist, sondern man muss immer irgendwie so ein bisschen gucken und dadurch spielt dann halt auch so, so weil man nicht einfach so lange Rast spammen kann, sag ich jetzt mal, sondern weil so Zeit ein Faktor ist, der irgendwie drückt, muss man dann auch so entscheiden, okay, wie viele Kämpfe schaffe ich denn jetzt, bis ich schlafen gehe und Ressourcenmanagement spielt eine Rolle und so. Die Dialoge sind total toll gemacht, also es ist wirklich, alles, alles ist toll. Ja. Ich, ich lieb's wirklich sehr. Ja, nicht zu Unrecht, also eins der, oder vielleicht das beste Spiel 2023, ne? Ja, das ist mega. Ja. Und, und ich hab jetzt, äh, jetzt gerade das erste Kapitel, den ersten Akt fertig und ich freu mich. Es warten noch weitere 80 Stunden Spielzeit auf dich oder so. Ja, keine Ahnung, ich, äh, muss eigentlich. Und wenn du die hier durch hast, kannst du nochmal anfangen mit was ganz anderem wahrscheinlich. Ja, genau, ne, also das ist, das ist krass, also ich glaub man kann's, ich hatte jetzt an Silvester auch mit ein paar Leuten gesprochen, die es schon irgendwie, einer hat gesagt, der hat irgendwie, der ist jetzt in seinem fünften Durchlauf, so nach dem Motto und hat da jetzt auch schon wieder tausend Sachen gesehen, die der vorher einfach nie gesehen hat. Ja, so muss man Spiele machen. Ich hab's nicht, ich hab's mir immer noch nicht geholt, aber ich muss es auch irgendwann spielen. Also es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Es ist wirklich großartig. Es gibt's ja jetzt auch für die Playstation 5, also. Und, und auch so andere Sachen irgendwie so, ähm, also so viele richtige, es gibt auch diese ganzen Rollenspiel-typischen Damn-Luck-Quests, so, hole das von Töne. Bitte fünf Schweine und bring mir die Zähne und diese ganze Scheiße, das gibt's einfach alles nicht. Alles hat irgendwie, fühlt sich nach Relevanz an, so nach dem Motto. Ich hatte jetzt noch nicht einmal so die, so, oh, wieso mach ich das denn jetzt hier eigentlich? Gar kein Bock drauf. Ja. Ich brauch die EP. Also, ist einfach, einfach gut. Einfach gut. Haben sie gut gemacht, Valerian. Haben sie einfach gut gemacht, ja. Ja, guck. Und das Beste ist, bei der Charaktererschaffung kann man sich aussuchen, wie sein Pimmel aussieht. Oh, das geht bei Cyberpunk auch. Dazu auch demnächst nochmal mehr. Also nur die Länge, aber immerhin. So, und dann siehst du das wahrscheinlich nie wieder, aber ist egal. Du kannst dich vorher einfach aussuchen. Klar, einfach immer alle ausziehen, die laufen alle nackt rum die ganze Zeit. Ja, stimmt. Im Lager. Mein Lager ist ein Nudistencamp. Eine Kommune. Ja. Ja. Gut, gut. Toll, toll. Sehr schön. Ich, ja, wie gesagt, ich werde es mir auch noch besorgen. Ja. Irgendwann. Ich habe jetzt aber gerade nochmal was anderes neu angefangen zu spielen und das dauert auch nochmal ein bisschen länger. Dazu später mehr, wenn ich mal wieder mit einem Spiel dran bin. Ah, und ich habe auch noch ein Spiel mir gekauft oder zu Weihnachten bekommen, mehr weniger, und zwar jetzt endlich tatsächlich Tony Hawk 1 und 2 für die Switch. Ah, jetzt hast du es. Okay, cool. Ja, haben wir vor einem Jahr drüber geredet. Und alter, bin ich scheiße in Tony Hawk geworden. Echt? Boah, ja. Ich war ganz gut eigentlich. Liegst du an der Switch-Controller, an dem Switch-Controller? Ich sag mal ja. Es hat auf keinen Fall was mit meinem Alter und Reflexe zu tun. Ja. Ich habe jetzt am Montag über Randgruppen in Videospielen gesprochen und da habe ich auch ein Beispiel aus Tony Hawk's ProSkater 2 genommen, nämlich in Venice Beach, die Die Penner, über die man drüber springen muss. Über die Hobos. Auch nicht so gut gealtert, diese Quest. Aber gehört dazu, ja. Okay, cool. Dann frohes Fahren und wenn nicht, dann einfach frohes Musik hören. Ist auch gut. Ja, das ist einfach cool, ja. So, das war doch eine schöne erste Folge dieses Jahr. Würde ich sagen. Jetzt geht es wieder los. Wir sind einfach gut reingekommen. Ja. Dann komme ich noch mit einem Gedicht gleich um die Ecke, aber es geht ja ganz schnell. Ach so, ach ja. Bist du noch bei Haikus? Ja, ich mache ja mal drei und eins muss ich noch. Okay, dann lassen wir uns ja gleich überraschen. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und schaut ein, wie heißt das? Deutsches Haus? Deutsches Haus. Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr, und jetzt ist es endlich möglich, uns auch bei Threads folgen solltet. Da haben wir ja gar nicht drüber geredet. Nee, haben wir nicht. Müssen wir nächstes Mal drüber sprechen, wenn uns noch mehr Leute gefolgt sind. Das ist ja nur wirklich so die Twitter-Alternative, die nur endlich vernünftig funktioniert. Das macht großen Spaß. Ich bin da tatsächlich auch sehr aktiv. Und das Schöne ist jetzt auch, alle Follower von Instagram nimmt man ja mit. Das heißt, man geht nicht wieder mit Null los, so wie bei Blue Sky oder bei den Linux-Nerds von Mastodon. Sondern man hat jetzt schon mal so eine ganze Base und so. Und man hat direkt Leute, mit denen man interagieren kann. Also folgt uns da, schreibt uns was. Ich bin da, ich schreibe da auch ganz gerne zurück und so. Und kommentiere und so. Das macht Spaß. Threads ist gut. Vielleicht ist Threads die jetzt endlich vernünftige Antwort auf X. So. Und ja. Damit sind wir für diese Woche erstmal durch. Und jetzt kommt noch das dritte Haiku aus der Reihe der Haikus. Ihr wisst noch Bescheid. Diese kurze japanische Gedichtform, die aus fünf Silben, sieben Silben und fünf Silben besteht. Und jetzt mal was Deutsches. Habe ich gefunden auf dem Grundschulblog von Lisa Marie Olbinski. Warum auch nicht? Ich meine, sowas ist ja auch schnell gemacht. Wie man den Frühling ins Klassenzimmer holt. Und zwar. Grün bricht leise auf. Wird ein tosender Orkan. Blütenschaum funkelt. Ding, dang, dong. Schön.